Ihr habt ab und zu Probleme, die Triple 20 zu treffen, dann gebe ich euch hier einen kleinen Tipp. Versucht mal folgendes. Nehmt zwei Darts und steckt die so rein, dass sie so eine Art Trichter bilden. Auch der Einsteckwinkel, der sollte so aussehen wie euer natürlicher Wurfwinkel. Und jetzt versucht ihr zu visualisieren, ihr hättet einen Trichter gebildet und eure Darts müssen durch den Trichter rein in die Triple 20. Schreibt mir mal, was passiert ist, wie sich das angefühlt hat, ob es eine Verbesserung gibt. Macht das ruhig mal ein paar Minuten oder auch mal mehrere Tage. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, ihr werdet etwas feststellen und ihr müsst also im Grunde genommen damit arbeiten, euch einen Trichter vorzustellen und den Fokus, eure visuelle Wahrnehmung genau auf diesen Trichter zu lenken.